. . . . . . . . Mein Name ist Jonas, ich bin 26 und arbeite als Sachbearbeiter beim Eidgenössischen Hochschulinstitut für die Ausbildung. Seit meinem 16. Lebensjahr sehe ich gar nichts mehr. Aber dank dem, dass ich Manu gesehen habe, kann ich mich noch recht gut an Farbe erinnern. Ich bin Yves, ich bin 31 Jahre alt, ich komme vom Kanton Freiburg. Ich bin Radiomacher von Beruf und ich sehe seit meiner Geburt schon 2% . . Wir haben im Fernsehen die Sendung vorgeschlagen, denn wir können ja v.a. dank 2 Sachen reisen. Das eine ist die Technik, das andere sind die persönlichen Begegnungen, Leute, die uns helfen. Und das wollten wir unbedingt zeigen. . 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